Hallo alle zusammen, mein Name ist Debsplay und willkommen zurück bei Portal 2. An meiner Seite wie jedes Mal ist Newmie. Sag mal hallo! Hallo! Gut, wir sind jetzt hier bei diesem Testraum. Der hat mir schon beim letzten Part ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Ein klein bisschen. Nur ein bisschen. Also, wir müssen ja offensichtlich mit dieser Brücke arbeiten. Irgendwie. Äh, so? So. Ja, äh, geht das? Ja. Oh! Äh, okay. Okay. Äh, Newmie? Ja? Nein, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ratlos offen gesagt. Ah, nee, nee, nee. Ich, ich, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ähm. Also, ich müsste das Portal, glaube ich, im Prinzip hier hinschießen. Hier. Oder ein bisschen weiter. Ja, so. Ungefähr. Gut. Dann müsstest du im Prinzip dein Portal einmal hier hin. Und einmal dort, wo ich's vorhin hatte. Ungefähr hier. Ja. Keine Ahnung. Versuchen wir es einfach mal. Ja, das ist daneben. Äh, könntest du dein dunkelblaues Portal hier hin? Oder so. So geht's auch. Okay. Mal sehen, ob das was bringt. Huh. Huh. Oh nein. Nein, nein, nein. Und tschüss. Euer Versagen macht daraus keine Wissenschaft. Äh, halt die Klappe, GLaDOS. Okay. Also, also, ein Teil haben wir wenigstens schon mal rausgefunden. Aber, wie wir hoch genug springen können, um danach, äh, diesen Teil zu erreichen, das ist jetzt gerade... Ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub. Du glaubst, du glaubst. Ich glaube. Ich glaube auch. Dass wir es nicht schaffen werden. Nein. Mein Hirn rie... Dein Hirn brutzelt. Ja, brutzelt. Es riecht. Brutzel. Es riecht. Also, also, so schwer kann das doch jetzt gar nicht mehr so sein. Wir haben das Gummiding da. Wir haben es. Wieso? Wieso ist das nicht weit genug? Worte? Worte? Äh. Kann er nicht... Rennen? Rennen. Rennen. Was machst du? Rennen. 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 Oh, falsches Portal. Falsches Portal, ja. Genau. Okay, ich drück mal. Mal sehen, ob das funktioniert. Das sollte jetzt aber funktionieren. Oh mein Gott. Du bist ein Genie. Und... Boing. Yay! Hallo. Und ich hab mir solche Sorgen gemacht, dass wir ewig an dieser... an dieser Testkammer brauchen würden. Hm, das ist noch nicht fertig. Ja, ja, aber ich mein jetzt dieser Abteil. Oh je. Oh je. Oh je. Ich seh' dich doppelt. Komm her. Äh... Ist irgendjemand von uns muss da nach vorne? Warte, 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 warte! Äh, du läufst in deinen eigenen Tod, ist dir das bewusst? Nein, ich wollte dir nur zeigen, wodurch du beginnen musst. Ach so. So. Auch gut. Ich hab schon gedacht, nein, 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 nein. Okay. Das. Jawoll. Warte kurz hier. Hi. Oh. 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 Dieses. Invite. Oh. 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 Drück den Knopf. Drück den Knopf. Weißt du, was mehr in den Sinn kommt? Was? Meine Mutter hat immer mit mir einen Film geschaut und da sagt der eine, der immer so Drück das Knöpfchen, Max. Drück das Knöpfchen. Jetzt kannst du hier raufspringen. Ja. 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 Ich glaube, das war bei 80 Tage um die Welt. Außerhalb der Teststrecken. Ah, den Film, da habe ich den Film davon. Ah, noch nie gesehen. Auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen. Ich habe das null zugehört. Ja. Dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Oh, Mann. Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Okay. Oh, mein Gott. Was, was, was machst du? Hochschauen. Da. Irgendwie, irgendwie. Oh. 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 Oh, nein, nicht das. Äh, hallo? Fuß. Ich habe es vergessen. Wie zeige ich dir was? Oh. 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 Hellblau. 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 Knöpfchen. Ich bin genial. Dunkelblau. Wesbo. Dunkelblau. Dunkelblau. Und Knöpfchen. Und Knöpfchen. Und blaues Gelee. Okay, warte. Ich habe es. Jetzt. Ich habe gerade nichts mitgeschnitten, aber ist okay. Okay. Niumi, jetzt hätte ich gerne, dass du das hellblaue Portal hierhin tust. Das hellblaue. Nein, 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 nein. Hierhin. Hierhin. Danke. Danke. Au. 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 Okay. Jetzt. Jetzt bist du dran. Geh hier durch. Ich habe gerade kein... Hellblau. Durchspringen. Oh. Mein. Gott. Hui. Jetzt ist mir schlecht. Das war echt leicht. Ja. Äh. Für dich falsch. Bleh. Moment. Das war leicht. Wieso ist es so leicht? Sie wird tatsächlich mal ein bisschen schlauer geworden, oder was? Äh. Ja, wollte ich jetzt auch gerade sagen. Äh, machen. Blaues Gelee. Warte, ich gehe mal rüber. Echt jetzt? Denkst du nicht, ich muss rüber? Ah. Sorry. Wand. Aber andererseits, ich komme hier auch nicht durch. Kann ich hier im Portal schießen? Oh, tatsächlich. Okay. Dann muss irgendwo noch... Ah. wieder das gleiche Prinzip hier. Nochmal. Jetzt ist nur noch die Frage... Äh. Äh. Hm. Schimmer, Bell. Was ist denn? Ich kann hier nicht durchschießen. Mensch. Echt jetzt? Ah, warte. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, ich, ich. Du glaubst, du, 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 du. Geh, 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 geh. Ja, geh wohin? Hoch. Hoch. Hoch? Hoch? Ja, hoch, 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 hoch. Wo hoch? Ich kapier nicht, was du meinst. Ich bin doof. Ich kapier nicht, was du meinst. Wie hoch? Ich komme da nicht hin. Da ist wie so eine Art... Oh. Also soll ich wieder... Ich, äh, weiß nicht, ob ich da rankomme. Doch, komm ran. So. Drücken. Das kann... Sorry. Das geht mir jetzt gar nicht erst im Kopf. Das hat jetzt gerade Null gebracht. Null? Ja. Echt? Wieso? Das auch nicht. Wieso? Hätte doch klappen müssen. Das hätte... Das hätte doch klappen gemusst. Ah, Moment. Das sind gar keine Wände. Ja, das... Das hat wirklich gar nichts gebracht jetzt. Okay, warte mal. Also hier haben wir noch was. Hier haben wir was. Hier auch. Ich habe keine Idee. Oh mein Gott. Und ich habe gerade vorher noch gejammert, es wäre zu leicht. Das ist zu laut gesagt. Die hat es gehört. Genau. Ich bin mir ziemlich sicher. Nein, ich bin mir nicht sicher. Aber wofür war denn diese Aktion? Wofür war das? Das ergibt jetzt irgendwie gar keinen Sinn mehr. Oder? Mach du mal die Portale, die ich gemacht habe. Ja, übernehmen meinst du so zu sagen. Aha. Einfach ein großes Nix. Du kannst meine Sicht sehen, oder? Ja. Ja, ich weiß. Nur wie kommen wir da rauf? Das ist die andere Frage. Ich zerbreche mir gerade den Kopf darüber, was die genau sollen. Ah, du konntest einfach so springen? Ernsthaft? Ich bin nicht auf die Idee gekommen. Ich habe gedacht, wir müssen irgendwie richtig Schwung holen dafür. Oh mein Gott. Wenn du jetzt da durchgehst. Ernsthaft. Wollte ich ganz sagen. Wenn du jetzt da durchgehst. Jetzt kann ich. Warte. Ne, ich fall nicht darauf rein. Irgendwie. Wieso darfst nur du hier oben sein? Das ist nicht fair. Warte mal. Ah, nee. Nee, nee, nee. Doch. Was? Wie wäre es, wenn du ein Portal dort zu dem blauen Gel hinschießt? Kriegst du das hin von da oben? Nein. Warte. Nicht? Kriegst du das hin? Nein, 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 nein. Dort, wo es rauskommt. Da hinten. Ja. Okay. Dann hier eins. Ja. Und jetzt muss ich den Knopf drücken. Willst du keine Dusche? Jetzt ist nämlich die Wand hier. Siehst du? Die Wand ist blau. Das müsste doch bedeuten, dass ich irgendwie meinen Weg hier hin machen sollte. Dings. Ihr meint doch nicht, dass das einen Sinn hat, oder? Sorry. Wieso? Was hast du... Ah. Du hast Gesten gemacht. Was hast du gemacht? Äh. Eigentlich wollte ich einen Handklatsch machen. Du warst aber gar nicht da. Ich hab nichts zu dir. Oh, Mann. Also hier unten sehe ich auch rein gar nichts. Das müsste doch irgendetwas bringen. Warte. Warte. Was? 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 Ah! Nein! Oh! Reicht das? Wenn ihr diese Strecke nicht nachschließt, müssen diese Menschen sterben. Wollt ihr das in euren Speichern haben? Als ob du dich darum kümmerst, Glados. Ganz ehrlich. Halt einfach deine verdammte, verlogene Fresse, ey. Okay. Äh. Was wolltest du genau versuchen? Du solltest... Hier durch? Das bringt nichts. Kannst du nicht? Guck mal auf meinem Bildschirm. Wow! Okay. Denied. Ähm. Andere Frage? Ja. Doch. Doch! Doch, 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 doch! Doch, doch! Mach hier dein Portal hin. Ja. Und jetzt das andere bei... Und jetzt das andere bei... Für das blaue Gel. Und jetzt... Cookie, cookie. Cookie, cookie. Ich bin ein verdammtes Genie. Oh mein Gott! Jetzt muss es nur noch klappen. Klappt nicht. Doch! Es klappt. Äh. Es klappt. Es klappt. Es klappt. Okay. Geschafft! So, jetzt habe ich das nicht begriffen. Du hast das nicht begriffen? Oh, jetzt habe ich es begriffen. Geistesblitz! Ich frage mich, ob mir die Menschen für diese Rettung ein Denkmal errichten werden. Keine Sorge, sollten sie je meinen heroischen Rettungsakt dokumentieren, werde ich dafür sorgen, dass euren Namen in den Fußnoten erscheinen. Ja, danke. Glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ja, das sieht auch recht... Das sieht witzig aus. Aber ich glaube, das ist etwas für den nächsten Part. Ähm, ja. Wie jedes Mal hoffen wir, es hat euch gefallen, was ihr gesehen habt. Wenn ja, dann bitte klickt auf den Like-Button. Und wir wünschen uns vom ganzen Herzen, dass wir euch beim nächsten Video wieder begrüßen dürfen. Ciao! Tschüssi! Boop!